Hallo und herzlich willkommen bei VirtuFuse in einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Dank dass ihr euch auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Wir werden hier gerade attackiert. Coolerweise. Und müssen wir jetzt erstmal schnell platt machen. Also bleibt noch dran. So, komm. Ui. So, jetzt weg. Wir suchen eigentlich unseren Juten. Den da. So, komm. Gib ihn. So weit weg ist er nicht mehr. Einer der wenigen letzten Kultisten, bevor wir den Obermacker killen können. Fang mir auch ein Spiel an, mitten in der Schlacht. Aber ich bin selber gerade erst reingegangen. Ich habe das Gefühl, dass dies nicht unser letztes Gefecht gewesen ist. Ich glaube, wir waren mal platt. Modera, auf Position. Wir fallen. 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 Dach, voll ausgewiesen. Voll daneben. Willen sie gar nicht. Versuch erstmal ranzukommen hier. Gut, was tun wir jetzt mal? Komm, hau'n Platz. Ja, ist nicht schwer. Hör'n mal. Geh' doch. Hör'n wir. Wir raten Ausrüstung. Zau'n wir einfach mal ab. Aber wir können erst mal gucken, wo der Nächste ist. Bevor wir uns hier... du und die mich suchen. Jetzt haben wir noch den hier. Der Schicht, der wurde über eine Ruine des nördlichen Terra versinkt. Nördlich von Terra. Ich nehm' einen dann mal hier. Komm, wir fahren erst mal hierher. Mach die Ruhe da bereit! So ist das denn? Ja, muss rein. Fuel Gas! Was? Nur weil ich euren Boss platt gemacht hab, kotzt mich... äh... greift mich mal nicht so an hier. Ziel ist in der Nähe. Da ist er. Okay, was wollen wir hier für eine Quest haben. Können wir trotzdem mal kurz hier ran. Ja. Kapitän hat Steuer verlassen! Macht mal Pause! So. Wollen wir grad schon mal hier sind. Unser Amazon-Outfit hier. Ja. Jetzt bin ich... Du bist die Flüge. Ich bin der Flüge. Ich bin der Flüge. Ich bin der Flüge. Ich bin der Flüge. So, da habe ich jetzt gar kein Buch drauf. Ich wollte den Kultisten jagen gehen. Also gucken wir mal nördlich von Terra. Das Schiff des Kultisten wurde über eine Ruine nördlich von Terra. Das ist das auf jeden Fall. Muss das sein. Da müssen wir auf Glück mal hin. Hey, das will ich gar nicht. Schon getan. Die Bienen. Den Sonnenuntergang entgegen. Sonnenuntergang, ja nicht man. Sollen wir das Treibgut werden, Kapitän? Jetzt sind wir eigentlich nördlich von Terra. Hier ist breit und breit nix. Hier ist breit und breit nix. Schwer zu sagen. Kann auch hier irgendwo liegen. Vielleicht muss ich mir hier erst mal den Punkt freispielen. Vielleicht kriege ich das dann. die Info. Wirklich hübsch hier. Schwer zu sagen. Bist du den Punkt? Mal bestmär. Schiff bereit machen. Klamann dich. Da ist das Lager. Information über den Vater? Vera. Ich habe mehr erwartet. mit den spiegel interessant das kenne ich noch aus ja wie heißt es auch gleich nicht odyssey mir liegt es auf der zunge so gucken wir noch mal hier rein ja keine info kommen aber das erstmal wo wir schon mal hier sind warum nicht erstmal tag abdaten nicht die nacht so ich frage mich wer sie erbaut hat und wann was sind das für türme nichts als eine tafel was steht darauf geschrieben also sind die lichtstrahlen der schlüssel und guck mal da mal da mal gucken wo ist es denn da oben also den kann ich wohl kaum drehen oder machen tun dann da 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 hier unten drunter ist doch irgendwo das kennzeichen gucken wir da erst mal in nach verschlossen ich sollte mir erneut die tafel ansehen so, gucken wir doch noch mal hierher ich muss ja nur das da platt machen so, da lang da hoch so, da ist noch ein tor, was das verbiegt das ist jetzt nicht so schwer ist hier noch irgendwas da? da kann man das hier einfach verschieben da ist was im weg so, schieben wir das hier mal noch so, und darüber so ein kleines lichterspiel hier okay, wir müssen auf jeden fall hier runter hier wird es jetzt ein bisschen komplizierter, wie es aussieht oh Gott, das ist ja hier ein Kampf ich mach mal so ich mach mal so wo muss der hier rüber ich hab keine ahnung so, wir probieren es einfach mal fällt das lichter jetzt drauf oder nicht? der geht hier runter der geht hier runter, okay der große muss hier her wo soll der da rüber? kann natürlich auch sein ich glaube ich habe es ich glaube ich habe es ich bin mal gespannt na endlich mal sehen, was dahin denkt sooo 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 war klar war klar du kannst kurscheiß mit der tier nicht warum sollte mein vater hier sein? warum sollte mein vater hier sein? warum sollte mein vater hier sein? wollen die ganzen leichen hier so? das ist jetzt nicht der cool ort aber man sieht schick aus, ne? muss man ja sagen ist das heiß hier? okay hey ich muss vorsichtig sein die frage ist wo lang da lang oder da lang so hier geht es aber auch nicht weiter da ist ja wieder hoch so gucken wir doch nochmal hinten lang wo ist mein handy eigentlich an? so ich würde aber sagen wir machen hier mal einen kleinen break und nächste folge geht es hier drinnen weiter ich sage danke fürs zusehen bis dahin und tschüss 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 ja Vielen Dank.